Geist über Materie, ich kann, ich will, ich werde, ich sah, ich kam, ich siegte, Bretter, die die Welt bedeuten, so soll es sein, und natürlich, Triumph des Willens, natürlich, es heißt, ich kam, sah, siegte, und meistens kommen sie, ich sehe, dann sieg ich, wie das hier eignet, gewinnen, darf ich manchmal sagen, was siegen, ich habe ein langes Script, macht es nicht angenehmer, ich habe fünf tolle Lieder, muss ein bisschen nachschneiden, machen wir einfach mal eine entspannende Spur, hey, 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 Rohol 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 Mit Echo an. Mit Echo an. Ja, Papa, du. Packen wir es an. Packen wir es an. Packen wir es an. Alles neu macht der Mai. Aber jetzt sind wir ja noch im Winter. Fai. Moment. Ich mache diese Tonspur am 11.12.2021 von Andreas Mark Bernhardt als Set, will ich bekannt werden. Für morgen aber nochmal die Melodie. Nochmal, weil es so schön war. Allerwärts. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Lucifer 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 mp3 war vorher an national mp3 kleine kollektur ist es nation.mp3 nation.mp3 nationalista 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 nation in jedem land der seine hat die er gewann la grande nation die republieg komm mache mit eben für dich so soll es sein in jedem land nationalist ist daheim vereinst der welt mein ist dein dein ist mein vater land sei nationalista 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 nation regiere schon dem lande dein wir werden in die länder gehen schlacht geburt heimat teutoburger wald vor ort die nation sie lebe hoch in alle zeit sind wir bereit bis zum tod schwarz rot gold bis zum tod schwarz rot gold lebe nation strebe erbe in alle tage geschlechter bewegen kultur und zivilisation wie oft waren wir am boden schon doch auch nun keimt wie donnervogel meint am frühen moment unser nationssymbol der schwarze vogel thront adler flieg als könig der luftige kommt der luftige kommt adler flieg als könig der luftige kommt nationalista nation nationalista nation nation die republik komm mache mit ebend politik auf weltenrunde heim so soll es sein vereint euch dann der weltenrund der länder gewann nationalista national vereinigt euch werdet zum dolch für jedes land für jedes land herz und verstand für diese welt die reint für immer da gell nationalist oh nationalist der stolz der heimat der du bist national 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 nationalist dem stolzen wort bist nationalist du stehst zum land das du auch bist dich in meinem du in deinem so soll es sein so soll es sein für alle zeit heimat treu region verteidigt gegen die welt die ist nicht geschmeidig nationalista vereinigt vereinigt euch auf einem rund der unser schwarz 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 bis zum tot schwarz god schwarz gold Ein toller Beat von Rob Duggan, Saraton, New York. Möchte ich mal Danke sagen, dass wir das Gratis heute dürfen wagen. Schwarz und Gold, bis dort hinaus. Natürlich Gnade bitte ich mir aus bei dem Herrn und der Dame. Eine Hilfe ist, ich liebe es, dass du bist und höre es mit. Mit Geschick spiele ich jetzt, verzeiht, wenn ich benutze, eine Wort-Saxianer mit X-A-N-I-A-N-I. Ah, also 3A für das Archbierchen oder für den Lucifer 3-Zarg, für Frankendächer. Immer schön 3A wie Randaghan, Randaghan.e, Cracker.info. Aber jetzt erstmal den Roanual besungen. Als Ori Cesar habe ich mich dann da versucht als Spitzname im Internet bekannt zu machen. Bis Rom, Raun, bis Schwarz-Weiß-Welt, bis nun der Rom. Die Weißen, die Gehobenen in Toga, die haben dann gesungen. Od i Cesar, Od i Cesar, Od i Cesarin. Od i Cesar, Od i Cesar, Od i Cesarin. Und es gibt es auch in schnell Od i Cesar, Od i Cesar, Od i Cesarin. Od i Cesar, Od i Cesar, Od i Cesarin. Hört es euch nur an und es ging bis Rom, Raun, weil wir heute kein Kaiser können haben. Ist schade, aber schön zu hören dann auch. Od i Cesar, Od i Cesar, Od i Cesar. Od i Cesar, Od i Cesar, Od i Cesar, Od i Cesar. Od i Cesar, Od i Cesar, Od i Cesar, Od i Cesar. Od i Cesar, Od i Cesar, Od i Cesar. Od i Cesar, 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 Od War und ich war im Zartner. War und ich war und ich war im Zartner. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der schwarze König von Deutschland Der schwarze König von Deutschland Er schau den ganzen Tag, der schwarze König von Deutschland Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noir Pro Noir Noir für den schwarzen König von Deutschland Noir 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 Das führte zu einer Begegnung mit einer Erzieherin, einer Gouvernante. Und wenn ihr immer hört mit Mistress, Miss-im-dress abgekürzt, heißt eine Frau in Uniform. Was die daraus gemacht haben, keine Worte. Also wenn ihr Uniformfrauen seid, dann habe ich da Ambitionen, der Gouvernante wegen auf euch zu hören. Ab und an, wenn ich mag. Aber die Gouvernante heißt Hauslehrerin. Also ihr müsst mir dann schon was beibringen können. Wie diese Erzieherin einst zu mir sagte, Andreas, das mag alles sein mit deinem Randa Gun, dass du das jetzt bewegt hast, mit randa gun.cracker.info. randa gun.cracker.info, das Lied, das zweite Video. Mag alles schön und gut. Aber schau mal, hier in diesem Ausformung, dass du dann sagst auf Randa Ganna, den Vierzack der Gabel, gibt es ja den fünften Sack mit dem Messer in der Hand, weilend wie die fünf Finger. Das Eck haben wir auch da dran. Und da sagt es, a randa gunna, auf a randa gunna, auf randa gunna. Und randa gun ist der Vierzack Lucifer. Das Frankendach auch auf dem Wappen, bitte sehr. Und da sagt es dann, das mag alles sein, aber schau mal in diesem Spektarium der Wahrnehmung. Das ist wie ein Becher und das sind die Kinder und die werden immer frecher. Die hören das, randa gun, der Kleine geht voran. Wenn ich dann sage, sei bitte jetzt und so weiter und so weiter, dann sagt er gleich, a randa gunna, gleich, a randa gunna, urar, uraralala, urar, uraralala, sage ich. Und mach mal einen Crack, mach mal einen Crack. Randa gunna 3.mp3, randa gunna 3.mp3, randa gunna 3.mp3, randa gunna, randa gunna, randa gunna, randa gunna, randa gunna, randa gunna, randa gunna. Randa gunna, 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 r RANDAGAN RANDAGAN Oh, oh, RANDAGAN 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 Eine Saga, ein Mann, eine Welt und sein Schatten legt sich göttlich über die Landen. RANDAGAN 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 Blä, Loa, Loa Blä, Loa Blä, Loa Ren noirs, rock noirs, ren noirs. Ren noirs, ren noirs, ren noirs. Rock 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 noirs, ren noirs. Exzellent und majestic, Leute. Und majestic für die Alternative. So, und dann kommt es zu ProSeth.mp3 ProSeth.mp3 Die Credits, alle auf erste-a.cracker.info Erste-a.cracker.info Müsst ihr einfach nur die MP3 aufrufen, da habt ihr die Quellen der Musik der Welten. Wollt ihr auch, allein unterhalter im Internet werden, im Equipmentbereich von 500 bis 2000 Euro, seid ihr dabei. Hobby und Spaß dabei. Mit Keyboard, mit Sound, mit Zugängen webmaster.cracker.info webmaster.cracker.info All meine bekannten Musikquellen von danosongs.com Incompetech.com und so weiter, und so weiter, und so weiter, auf webmaster.cracker.info Und nun zu dem Song ProSeth.cracker.info ProSeth.mp3 Entschuldigung Und da haben wir die Bemerkung gehabt, das mag alles sein, dass die dich so enteignet haben und gehocht, weil ihr Lucifer-Gott-Verwandte seid. Ich sage, Lucifer-Gott, wo die Menschenrechte her sind, die Menschen-Gott-Selber-Gefühle her sind, und der die letzte mir bekannten Bodenrechte hochhielt, Egal ob wir im Baum, im Wasser, im Tierreich, im Weltraum auch gespaltene, vielfältige Wesen wurden, der Lucifer-Geist und Gott bei Heiligem Geist, Geist-Materie über, Geist-Über-Materie, ja, beim Herrn, sei Dank und Gnad und Trank, danke ich sehr, und sag ProSeth.mp3 Denn, sie sagt, das mag alles sein, aber höre das selber an, ich mache bei dir mit, Andreas, bei dir mache ich mit, so soll es sein. ProSeth.cracker.info steht alles mit der Tabelle der Gottesbodenbesuche, die ich 50 Mal tue, für auch meine Follower, die ich liebe, und die grauen Zugewandten, die ich auch liebe. Bei euch mache ich mit, egal was da noch steht. ProSeth.mp3 Titker Produkcer. This is a 50 Wins Produktsion. Miya Ramazza weg, wir sind wieder am Deck, Miya Ramazza weg, die Probleme ohne Fleck, Miya Ramazza weg, Gewinn wird präsentiert fett. Miya Ramazza weg, Miya Ramazza weg. Uroa Noah, Miya Ramazza weg, Uroa Noah, damit ich geht grad an. Uroa Noah, Ich komm mit an den Start, Uroa Noah, wird der Weg auch hart. Miya Ramazza weg, haben sie auch kein Leck. Miya Ramazza weg, jetzt wird der Weg auch nicht mehr. Jetzt wird der Weg auch nicht mehr. Miya Ramazza weg, wir sind wieder am Deck. Miya Ramazza weg, Miya Ramazza weg, die Probleme ohne Fleck. Miya Ramazza weg, Gewinn wird präsentiert. Miya Ramazza weg, wenn's um die Krone geht. Uroa Noah, Du warst nicht nur einmal. Uroa Noah, der Gott Luzifer Gattung da. Der Gott Luzifer Gattung da. Zettel ist mit dabei und Herminios de Kavroska. Uroa Noah, Uroa Noah, so viel war aufgebaut. Wir waren Schöpfer und erinnern uns seit dem Zeichen, dem ersten A, das es je gab. Ebenso bestätigen wir Gottesboden für den Schöpfer, die Familie, die Brüder und die Schwestern. Am besten für die Ewigkeit. Proceed.trekabungentwoll. Proceed.trekabungentwoll. Miya Ramazza weg, wir sind wieder am Weg. Miya Ramazza weg, die Probleme ohne Fleck. Miya Ramazza weg, Gewinn wird präsentiert. Miya Ramazza weg, haben sie auch kein Leck. Miya Ramazza weg, wird jetzt auch weggecheckt. Miya Ramazza weg, kommt seit der Beine freist. Miya Ramazza weg, Mach einfach mit wie geht. Mach mit bei Proceed.trekabungentwoll. 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 Jim. Also es gibt im Termitenbau der Zeit, gibt es irgendwie so einen Notruf. Das muss nicht jeder wissen, ich weiß. Aber Andreas, Andreas, pass auf, Andreas spiele ich euch zum Schluss vor. Meine Mutter, meine hochverehrte Frau Mutter im Büro und sagt, dann eine beiwohnende Kette von Menschen, die ich wahrscheinlich auch sehr würdigen würde, in dem Moment, wo ich ihren Namen wüsste, wusste ich nicht, da war ich im Babykörper, sitze im Büro und die Mutter, der ist nicht so einfach zu beeindrucken im Positiven. Sie hat von mir, also gewöhnlich als Babyalter, habe ich Nüsschen nötig und dann bin ich schon glücklich. Und das weiß meine Frau heutzutage, da fragt sie immer nur, wenn sie große Probleme sich wälzen, wie die Hypothek über dem Haus hängen, dann schaut sie immer, dass die Nüsschen, ob sind denn die Nüsschen da? Sie regt mich auf, weil es so einfach ist, die Geschichte manchmal. Beim anderen ist es wieder was anderes, bei mir sind es halt die Nüsschen, die kriege ich auch irgendwann wieder organisiert, hier hoffe ich. Auf jeden Fall, diese Gruppe Menschen sagt zu meiner Mutter, das waren alle Andreasen. Und ich habe meine Mutter in diesem Leben, ich war ja noch jung, ich war ja noch ein Babykörper, noch nie in so einer Ausdrucksweise, was sagen hören. Sie steht mit offenem Munde da im Büro und sagt was? In einer Stimmenart, die sie mir sonst nie offenbart. Die Gruppe sagt als nächstes, ja, das waren alle Andreasen. und sie dann noch mal den Mund offen gehabt, nickt, hat es verstanden, die Gruppe zieht ab. Die Mutter läuft um zwei Tische herum, neben mich, aber nicht für mich, sondern dass sie mich, und ich spüre es, ich schaue gerade aus, ich habe gedacht, jetzt was blüht mir, sie schaut mich von der Schädeldecke bis zu den Fußspitzen an. Und ich spüre Anerkennung. Du spürst es als kleiner Mensch nicht so schnell bei den Erwachsenen. Ich habe gedacht, was ist denn das für eine Strahlung? Ich spüre, dass sie mich richtig wert findet. Und dann ging sie schnell einen Schritt aus dem Büro. Hört euch das Lied an, das spielte ich. Du kannst also in Not deine Namensvettern voren, in der Dimensionskommunikale, wenn du mal erwachst, auch rufen. Das ist eine kleine Hilfsoption. Das ist die vierte Version, weil ich musste bei den anderen dann halt ein bisschen anders reden, damit nicht die Schwachstellen wieder aufgehen zu decken. Andreas 4.mp3 Das geht raus. An dich, Andreas. Alle Andreasen Wie all Andreasen Wie all Andreasen Wie all Andreasen Der Piek geht raus Alle Andreasen Der Piek ist nicht raus Mit nach Haus Alle Andreasen Ich rufe euch mal Wie geht denn der Mann Aus Stahl? Andrei Coolazante 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 Sante Coolazante All' Andrew, tout le des deux, all' André. André Asen, wir sind die Wolf-Mensch. André Asen, alle Andréas, hört mir mal zu, halt fest am Titel und Namen du, wenn was kommt, wo nicht weißt du, wo keinen Namen kennt und wo die Wüste endet. André Asen, für wohl Landskampfen. André Asen, André Asen, André Asen, André Asen. Du bist Held, du bist ein König-Graf, du bist von Gott direkt und bist Orion-Fan. Mann, oh Mann, André Asen, wir schauen, was uns gefällt. Komm jetzt, schwimm' mir rein, wir trinken Superwein. André Asen, friedlicher Zeit, genau 2018, mit Anerkennung von einig, nicht mal Unity, würde es geschafft haben. Mann, wir sind so viele, sogar heiliger. André Asen, André Asen. Angefangen hat das Ganze mit einem Lied, wo ich den Liedbietersteller kenne und es da verwenden. Er hat es mir in gutem Sinne und Beispiel dargestellt, weil es ist hier kein Geld dran, meine lieben Damen, meine lieben Herren, das vorzuführen als Hobby. Und darüber hinaus machen wir das schriftlich, wenn was wäre. Ich habe die Künstler eigentlich alle angeschrieben oder halt eben die Erlaubung durch die freie Verwendung dieser Lieder bekommen. Dieses Lied hier hat mir dann den Jim an die Seite gestellt. In den USA zeigten Jim diese Musik seinen Freunden. Und ich bin ganz stolz drauf, präsentieren zu dürfen, das Lied Jim Baba Jim Bar. Die Seite Jim Baba Jim Bar. Jim Baba Jim Bar. Müsst ihr auf dem Blog 3.cracker.info suchen. 3.cracker.info suchen. Und da steht Jim an meiner Seite und sagt er, du, du machst mal was für uns. Wieso? Ich bin so, ne, so die Umgebung spiegelt nicht so toll. Und dann sagt er, na, was für uns gemacht, du hast ja Lied gesungen. Und jetzt passt es auf, den Heimathaus habe ich auch besungen. Das ist auch ein schönes Lied. Das kommt ganz zum Schluss. Also wir spielen jetzt Jim Baba Jim Bar.mp3. Ural.mp3. Grafen.mp3. Und Franken Lied 2.mp3. Jim Baba Jim Bar. Ja, und das ist der Song. Und da hat er gesagt, das hat uns gefallen. Wir helfen dir ein Stück weit. Fein. Dankeschön. Dragon Max. Watch this. igen Baba Jim Bar. Chim-baba-Chim-ba 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 Watch this Chimba-ma-chimba is on the way We'll save your connection, hey Chimba-bye is on the way We'll save ya, it's online day Watch this Chimba-ba-chimba 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 Watch this Watch this Das nächste ist uralalala.mp3 uralalala.mp3 Verweist auch auf ural.cracker.info ural.cracker.info Und einer Andreas, so divers, die Luft mag ihn, mag ihn nicht, mag ihn der Markt, mag ihn, mag ihn nicht, mag ihn nicht, mag ihn nicht, die Polizei fährt vorbei und aus dem Fenster summt uralalala, uralalala, uralalala und die Polizei grinst und hört sich das an. Ah, schön, schön. Ich hab dann einen Kombimix gemacht für die Polizei. Das ist ja eigentlich alles insgeheim. Aber ihr müsst wissen, wir waren in Abrede gestellt durch Satansprech. Wir wurden verunglimpft von Satansprech, weil wir das Loziffer waren. Der Herr der Welt, der letzte mir Bekannte, ist ja jetzt der Zweipaar, die Länder, die Demokratie, mit Verwachsen, mit Familienherrschaft oder Familienpolitik, beim Großvater. Da muss man immer ein bisschen hören. Dann, was wollte ich sagen, jetzt fällt es mir nicht da, einen Moment, Sekunde. Die Polizei, ja, Kombination, ja. Ah ja, dann strenge ich mich an. Gebt der Polizei bei heute Holzgravurscheibe. Ich hab ja 500 Holzgravurscheiben und 60 Wanderstaben in der weiten Welt verteilt. 2000 Menschen erreicht damit ungefähr. Steht auf holzwalle.cracker.info, mit V holzwalle.cracker.info, was ich alles so erstelle, teilweise im Internet. Und da ruft mich die Polizei an, nachdem der Prinz Philipp mir über das Fernsehen mitteilt, es sind die Ärzte, es sind die Ärzte, es sind die Ärzte. Die haben bis zum Übernehmen im Pyramidenbau der Tagesschau eine Revolution versucht. Und da sagt der Prinz Philipp vorher am 99. Jahr, Gott hab ihn selig, es sind die Ärzte. Und dann bin ich halt eben in die Stadt. Ich bin zur Psychiatrie, hab mich beschwert am Markt, hab rumgeschrien, aber ein Vogel war auch auf dem Weg gelegen, die Federn geflattert. Da lag ein Vogel und das war ein Ich. Und dass ich nicht mehr zur Psychiatrie, zur Hilferufnahme gehen solle. Dann war ich bei der Polizei, meine Performance gemacht und meine Holzgravurscheibe beigebracht. Und dann sagt der Polizist eigentlich schon beim Hinweg klappen die Fenster auf. Du weißt doch, dass wir diese diverse Meinung auch tragen dir gegenüber. So auf die Art, wir helfen dir nicht. Dann hab ich der anderen Polizei auch müssen eine Gravurscheibe bringen. Und dann krieg ich zu Hause mit. Und es tut mir leid, liebe Polizei, ich mag euch ja, wird mir dargebildet von der Luft, Andreas. Die ganze Welt gürzt auf deine Holzgravurscheibe. Und es ist manchmal ein Segen, wenn es um die Sache geht. Und an der Stadtgrenze sagt mir einer, am anderen, Andreas, bis hierhin können wir dir helfen. Du wirst eines Tages wissen, wer das sagt ja. Also und hier ist das Lied. Urar, uralalala, wo die Polizistin und der Polizist so liebgrinsten und ich mich selbst im Radio erkannte. Urar, uralala. Urar, uralala. Uralala. Urar, uralalala. Urar, uralalala. Urar, uralalala. Ural, Uralala Ural, Uralala Ural, Uralala Ural, Uralala Ural, Uralala Ural, Uralala lalala lalala mach man crack mach man crack mach man crack ooh la 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 ooh la 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alle kraften, alle kraft. Alle kraften, alle kraft. Alle kraften, 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 alle kraft Alle Grafen, alle Kraft The Craft, Gewinnenmacht Königsweit Hand, Bürgerschaft Pracht Ist was da der Welt in Macht Der Welt in Macht Klosmacht, oh Heid, Graukönig Das All Might mit unserem Geschick All der Jahre treu Zu dem Gesinde wager Ich zu dem Dankesager Der Graf des Heldenreich Grau, ich liebe euch Alle Grafen, alle Kraft The Craft mit Gott und euch Majestät Ah, kommt er Barone schaffen Die Grafen machen Majestät gewinnt Bürgerschaft ist bracht Sind der Gewinn ich ein Armin Dann kam ja ein schönes Lied auf die Spur. Ich gehe zum eisernen Schrank in Barreuth. In der Dimension haben wir einen Schrank mit Büchern. Und da hat sich der Hohen Zollernring, da bin ich mal beheimatet gewesen, bevor ich vor dem ganzen Gewese das Haus aufgab und jetzt lieber frei der Welt ziehe vielleicht, wenn es so weit ist. Ich danke dem Herrn, dass ich den Ausgang noch bekam. Das war dann auch ein Gässchen, das für mich angelegt wurde. Da schreite ich immer durch, habe dann kein Groß-Eigentum mehr, gehe durch die Wälder. Vielleicht habe ich schon 30 Holzbaumhälften bereitet, 60 Wanderstaben und 500 Holzgaburscheiben. Es rentiert sich nicht im Geld unbedingt, aber in Manifestation der sozialen Verbindung. So durch dieses Gästler gescheitert überlegt, was kann ich machen für Franken und für meine Heimat. Und mir kommt vom Hohen Zollernring, welches genau zusammengesetzte sich da mir konjunktierte, weiß ich nicht, das Buch der Erfindungen aus Franken. Ich arbeite es durch anständig, ich habe ja 100 Bücher hier im Regal, die ich teilweise rezensieren wollte für das Internet. Teilweise komme ich dazu, teilweise nicht. Ich habe nur so einen Literaturschatz hier zu Hause zu bergen. Irgendwann, außerdem, wenn ich mein Gesicht verloren habe, mein Auge, Nase, Mund und Ohr, dann habe ich noch Konsultationen mit den Herren. Und in der Zwischenzeit habe ich das Fenster, um mit den Nachbarn zu schmarrn. Ich werde mich irgendwann bei 200.000 Menschen aus dem Internet langsam herausziehen. Mein Content könnt ihr ja sichern, ist kein Problem. Solange das erste A, das triank.cracker.info, triank.cracker.info, bleibet im Bewusstsein der Menschen, damit sie wissen, dass wir Schöpfer waren, werden und vielleicht wieder sein werden und vielleicht auch gerade wissen, dass wir sind. Gelb ist meine Miterschaffung beim Heiligen Geist mit Geist über Materie. So, dass ich dann ein Lied machte für Franken. Meine ganzen Märsche zu Franken und Bilder sind auf 6.abendrun.de 6.abendrun.de Auch da dieses Lied. Und da steht einer im Büro, wer sage ich nicht? Einer, den ich in diesem Lied besinge, Leute. Steht bei mir, neben mir am Platz und sagt, nein, du besingst mich. Eben da auch der Mann, der so viele Achttausender bestieg. Das war der Mesmer, Reinhold Mesmer. Und ein paar Leute, von dem, der nach Moskau flog mit dem Sportflieger, wisst ihr noch? Rust, Rust fliegt über die Grenze. Die besinge ich und ich kriege gleich eine Ersinnung des Geistes. Ich soll doch Obacht auch geben, was ich tue. Reinhold Mesmer sagt, dem Andreas mach ich nix. Und der Mann, der Erfinder aus Franken, sagt, ich stehe dir bei. Wegen dem Lied, das jetzt folgt. Frankenlied 2.mp3 Eine Welt der Franken, dafür sollte man dem Herrn danken. Dimensionen nie entdeckt, bevor man fast die Welt hat weggefegt. Stehen die Franken auf ihrem Grunde, drehen sich die Räder der Welt gesunder. Universum wird auch rot-weiß kommuniziert, denn der Urgrund hat diese Welt eruiert. Eine Welt der Franken wiegen Welten der Gewalten. Von Beringstraßen bis zu den Polen wird Fränkisch im Ufo noch befohlen. Vom Klub, dem Gebirge der heutigen Zeit, ist man wie von Trübsal befreit. Den Gesang und dem fränkischen Wesen sollen Dimensionen und Welten genesen. Weltmeister im Erfinden, auch das erste Auto war ein Franke, was Porsche bis heute ausmachte. Ludwig Erhard gab der Welt die soziale Marktwirtschaft. Adidas und Puma, dem Sport der zwei. Ein Schuh, bis heute läuft erste Plätze ein. Max Grundig führte gut jahrelang die ersten Radios in Europa ein. Andreas Flocken erfand das Elektroauto wie Heinz Gärhäuser das MP3-Format. Lorenz Krabb macht uns als Bayern dann die Präambel vor der Verfassung. Wiener Würstchen bis Antibiotikum. Astronautik bis Straßenbeleuchtung. Von Schienz bis zum Ersten Reichspatent ist Franke, was der Erfinder sich nennt. Vom ersten Computer-Sus in Nürnberg bis zum Adler den Zug der Welten befährt. Ist was hat der Franke auch eine der größten Franken. Für das Heil der Welt, wo endlich sie sich wohl weiter dreht. Ist was Franken hat der Urgrund, das wiegt der Welten gesund. Eine Welt der Franken wiegen Welten der Gewalten. Eine Welt der Franken, dafür sollte man dem Herrn danken. Dimensionen nie entdeckt, bevor man die Fass hat weggefegt. Welt der Franken. Also es ist die Welt der Vielfalt natürlich klar, aber ich sage halt meine Heimat zuerst. Es ist ja verständlich. Dann besank ich eben Reinhold Messner und Matthias Rost. Die zwei Lieder füge ich noch ein und dann den Hohenzollernring. Das Hohenzollernring-Lied ist locker. Und meine Anfangsmusik für die Polizei, wo man polizistfrei sagt, Mensch und du besingst uns noch. Das war es. Wie der Spur, ich sage goodbye. Das ist Matthias Rost.mp3, Reinhold Messner.mp3 und Aufpasser 5. Nein, Entschuldigung. Die nicht verlinkte Datei, Hohenzollernring.mp3 und dann Aufpasser 5.mp3. Ich lasse durchspielen, vier Lieder. Wahrscheinlich, wenn mir noch was einfällt, sage ich was. Bis später. Bis später. Reinhold Messner. Reinhold Mess. Na, seit Kindertagen kenne ich seinen Blitz. Für mich ist er Vorbild gewesen, mit Sex ist kein Witz. 30 Jahre später höre ich von diesem Mann, der mir schon wie ein massiver Berg als Kind vorkam. Vierzehnmal hat er Achttausender erglommen. Ein Vorbild für mich, ein König der Berge ohne Worte. Mich überkommt die Vorstellung, dass ich schon lange da oben sitze, waren seine Worte. Als er auf dem Erwanderer sitzt. Mein Vorbild schon seit Kindertagen. Würde auch ich gerne seine Fußstapfen da wagen. Doch des Weiteren durchquert ihr noch die Wüste. Gobi in Mongolei, ich bin ohne Worte. Eine Antarktist durchquerte auch mit einem Mann. Und sagte, Tatsache ist wichtig und nicht freindeln. Dann, wahres ist wohl auch dem Gott gegeben. Drück ich die Daumen für den nächsten Achttausender Ebern. Das sind seine Museen in den Bergen. Sechs Stück kann die Menschheit jetzt schon erben. Seit Kindertagen kenne ich seinen Blitz. Für mich ist er Vorbild gewesen, mit Sex ist kein Witz. 30 Jahre später höre ich von diesem Mann. Der mir schon wie ein massiver Mperger als Kind vollkammt. Reinhold Messner, Reinhold Messner, Reinhold Messner. Und wie geht das, wie schaff ich das in meinem Leben denn? Dass ich werd so groß, dass die Menschen mich auch so benennen. Dann kommt es eben zu dem Lied Matthias Rust, der nach Moskau flog. Und wo ich dann was wahrnahm, dass in der Zeit turniert wird, wieder in Moskau. Stellt euch vor, am Roten Platz, dass es wieder nichts vorher rüberkam. In Schwarz-Weiß gefehlte meine Sympathie. Dann wunderte sehr und sich abspaltete. Es ist eine Tatsache, vereint euch, wie ich versuche zu deuten, wie mich deucht. Also Matthias Rust hat mir als Jugendlicher die Angst vom Russen genommen. Geht euch das auch so? Das Gespenst eiserner Vorhang parieren, bis die Atomgefahr vorüber steht. Müssen wir gehorchen. Und da war eine Hoffnungsschimmer in Matthias Rust, der das Flugzeug nahm, über Finnland bis Moskau flog. Bis dann. Hey Leute, es gibt an meinem Leben einen Mann, der konnte mir die Angst vom Russen nehmen. Und es ihm gelang, mit nur einem Flug auf den Roten Platz. Und es war der Matthias Rust und dieses Lied widme ich ihm heute. Hey Matthias Rust, landet in Moskau und schloss der Rote Platz genannt. Was war das Gespenstgewand, der eiserne Vorhang? Er wurde umgerannt, er wurde umgerannt, von einem deutschen Mann, Matthias Rust genannt. Hey Matthias Rust, landet in Moskau und schloss der Rote Platz genannt. Was war das Gespenstgewand, der eiserne Vorhang war, er wurde umgerannt, von einem deutschen Mann, Matthias Rust genannt. Matthias Rust, Gratulation, wie mache ich es dir gleich schon? Geh ich in Länder raus, wie mach ich Ängste aus? Ein Heil, den Gott besingen muss, das ist Matthias Rust. Matthias Rust! Hi Matthias Rust, landet in Moskau und schloss der Rote Platz genannt. Was war das Gespenstgewand, der eiserne Vorhang war, er wurde umgerannt, von einem deutschen Mann, Matthias Rust genannt. Matthias Rust, Gratulation, wie mache ich es dir gleich schon? Geh in die Länder raus, wie mach ich Ängste aus? Ein Held, den Gott besingen muss, das ist Matthias Rust. In der Triumphzeit wird er geirrt, neben vielen anderen Helden, vom 1.11. bis 15.11. mach mit. Hey Matthias Rust, landet in Moskau und schloss der Rote Platz genannt. Was war das Gespenstgewand, der eiserne Vorhang war, er wurde umgerannt, von einem deutschen Mann, Matthias Rust genannt. Matthias Rust, gratulation, wie mache ich es dir gleich schon? Geh ich in die Länder raus, wie mache ich Ängste aus? Ein Held, den Gott besingt, das ist Matthias Rust. Mal schauen, wie uns die nächste Sache gelingt. Ja, also ganz klar, Gott besingt, damit meine ich Lucifer Gott und dessen Verwandter ich bin. Ich kann mich erinnern, dass von mir die Menschenrechte her sind, die Gottes selber Gefühle her sind und auch das Bodenrecht zuletzt bei unserer Gattung wahrt. Ihr könnt es auf seth.cracker.info nachlesen. seth.cracker.info. Klar, heute Rentengott zusammen vielleicht oder bei Christen und Jesusbewusstsein tausend Jahre Frieden anberaumt. Nach der Endzeit des Antichrists 2018 bei Geist über Materie habe ich das Dreieck in die Ewigkeit rennen sehen. Das Dreieck in die Ewigkeit rennen sehen und den Lucifer Gott am Markt entdeckt. Und in meiner Heimatstadt durch Kreidezeichen auf Kirche aufbringen. Stellt euch vor. Dann besinge ich den hohen Zollernring. In der Heimatstadt wird es endlich besser. Ausländer in dieser Städte sagen mir, na, du hast ja eigentlich recht, Mensch. Mann, lass mal dich gewähren. Und unruhig ist dann passé gewesen für längere Zeit im Sinne des in Ruhe schwelgen, wieder frönen der Herzen ermöglichen können. Also, hohen Zollernring bei den hohen Zollern. Ich danke, es ist ein Segen, die deutsche Krone in Gold bei den hohen Zollern zu wissen. Irgendwann will ich wieder, danke dem Herrn, sagen für die Handgeste, sie herauszuziehen. Seitdem gibt es nämlich für mich wirklich die deutsche Krone. Das hohen Zollernring-Lied, das hohen Zollernring-Lied, Club 6. Das hohen Zollernring-Lied, Club 6. Schön, dass es ihn gibt, das hohen Zollernring-Lied, schön, dass es ihn doch gibt. 6, 5 und 3 mal die Null. 6, 5 und 3 mal die Null, das hohen Zollernring-Lied, schön, dass es diesen doch gibt. 6, 5 und 3 mal die Null Und dabei bist du dann voll Club 6 der Zeitenwegen Warst schon vorher herbewegen Das Hexagon und die 3, 3 dabei Das X sag ich 3 mal auf Y Das Hohenzollernringlied Schön, dass es ihn auch gibt Das Hohenzollernringlied Schön, dass es ihn geht Mein zur linken Seite Familie, wie sie es teilt Mein zur rechten Seite Republik, wie gleich ist Vertik Zur linken die göttliche Kraft Die hat verdauungslos Wesen geschafft Zur rechten die dunklen Rechten Zur Mitte hin, sie müssen sich aufrichten Das Hohenzollernringlied Das Hohenzollernringlied Ist auch der Ort, wo begraben liegt Unter dem mein Bett Unter dem mein Bett, ein König fett Das Hohenzollernringlied Das Hohenzollernringlied Schön, dass es ihn auch gibt Wo Irmin zu liegt Unter dem mein Bett Begraben, der große König Aus dem Norden So liebe Leute Jetzt wollte ich aufpassen Auf 5 Punkt MP3 spielen Aber das ist so So wenig attraktiv im Moment Für mich, dass ich so die Spur Nicht enden lassen möchte Ich werde ein neues Lied erschaffen Nicht ganz, aber ich habe die Basis Ist und wird sein Fireflies and Stardust Von Kevin MacLeod MacLeod Kevin MacLeod From filmmusic-io.mp3 Und werde für die Polizei Jetzt live ein Lied spielen Und aufsingen an Text Der sich soll motivieren Oder ertragen lassen Wie geht es der Tage Für die Polizei Es wird Aufpasser 6.mp3 Aufpasser 6.mp3 Eine Widmung Der Polizei nun Von am Mond Der nur lebt Weil ihr habt mich einbewegt Weil ihr habt mich einbewegt Hey Polizei Dein Lied on the way Hey Polizei Das wird ein Fan wie Fein Helfer dir Bevor sie machen Was an tollen Sachen Was an tollen Sachen Ein, zwei Polizei Alte Hex Nix gemacht Keiner hier Einer rennt Einer rennt Wache schieben Bis man sie kennt Verbrecher Ein, zwei Ein, zwei Wie bewegt Wie bewegt Egal wie und wann Ein Blick taucht Ich weiß es auch Ich weiß es auch Nie mehr no go Mit dem Mond und fragt Der aufpasst Dass wir es schön haben Wie lang wär Er mit Leib und Seele Das nicht uns gut aufstehen Ein, zwei Polizei Drei, vier Keiner hier Fünf, sechs Alte Hex Sie macht Nix gecheckt Ein, zwei Polizei Drei, vier Keiner hier Fünf, sechs Alte Hex Sie macht Hat Nix Gemach Hat Nix Gemach Hat Nix Gemach Hat Nix Nix Ertan Sag ich Morgen Wieder Steht ein Mann Und Frau Hart Die Welt Sicher Bewehen Den Kanzler Seh mal schön Die Zeitung Nicht Bericht Und die Welt Sicher Liegt Richtig Liegt In der Sei Die Haben Wir Polizei Damit Kann Schön Gehen 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 Die Ehe Auch Bewehen Was Wär Mehr Ohne Die Frau Oder Den Mann Den Die Polizei Gern Haben Was Wär Mehr Dass Wir Schön Haben Wie Lang Wär Bleib Und Sinn Verehrt Das Nest Gut Da Ist Solange Du Das Mit Sicherheit Bist Danke Polizei Zur Polizei Das war Aufpasser 6.mp3 Auf Aufpasser 6.mp3 Auf Erste Binde Strich A Gratis Zu Beziehen Für Den mp3 Player Oder Wie Könnte Es Ligen Erste Binde Strich A Cracker Info Solange Die Sachen Noch Da Sind Ich Muss Die Hälfte vielleicht Raustun Mit der Mutter Mal Durchschauen Was Vielleicht Interdimensional Interzeit Nicht Kann Gerade Gehen Wird Gelöscht Aufpasser 6.mp3 Und Ich Empfehle Auch Für Die Beamtin Oder Für Die Menschen Eben Bei Aufpasser Rei Habe Ich Noch Ein Lied Aufpasser Lied Punkt MP3 Das Ist Auch Ganz Nett Meine Sicherheitsdiensterfahrungen Eingegossen Es Kam Gut An Zwischendimensional Aufpasser Lied Punkt MP3 Und Ich Habe Eine Seite Für Die Polizei Gemacht Oder Zur Erklärung Was Die Polizei Bedeutet Ein Bisschen Anstand In der Familie Dass Töchter Nicht In Keller Gesperrt Sind Dafür Gibt Die Polizei Nicht Um Uns Über Zu Kontrollieren Nicht Um Uns Irgendwie Im Wege Nein Es Ist Zur Ergänzung Fürs Benehmen Der Familien Da Und Es Nennt sich Aufpasser 5 Punkt Cracker Punkt Info Die Seite Mit Playliste Für Die Polizei Aufpasser 5 Punkt Cracker Punkt Info Die Aufpasser Seite Für Die Polizei Mit Ganz Viel Musik Und Ich Grüße Mal Ganz Lieb Und Haltet Wieder Dann Grenznahe Feste Mit Mit der Anderen Polizei Ab Das Hat Gewirkt Gut Und Natürlich Ein schönes Fest Wünsche ich Euch Immer Mit der Familie Bei Bei der Polizei Und Die Musik Soll Euch Unterstützen Dabei Auch Ich Liebe Meine Follower Ich Liebe Meine Grauen Zugewandten Und Ich Sage Viel Glück Und Viel Segen Auf All Deinen Wegen Viel Freude Viel Spaß Sei Auch Mit Dabei Freunde Heilen Mit Der Stimme Die Anderen Hörstücke Auf Webcast Punkt Cracker Punkt Info Webcast Punkt Cracker Punkt Info Punkt 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 Punkt